Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit eurem Zauhok. Ja, heute wieder ein wunderschönes Vlogchen, ein bisschen später heute. Ich war schon fleißig, sehr fleißig sogar. Nämlich habe ich heute bei Teal Editor meine Teal-Dings fertig, endlich. Und ich habe ein bisschen was am GTA selber gemacht, dann habe ich noch einige Let's Plays gemacht. Wireless war heute dran. Ah, Wireless. Hat Spaß gemacht, wirklich sehr viel Spaß gemacht. So, ja, damit das Ganze natürlich auch noch unterhaltsam wird heute, meine lieben Freunde. Oh ja, gestreamt habe ich ja auch noch heute schon. Stimmt, von 12, 12.30 Uhr glaube ich, bis 3 Uhr. Voll geil. Ja, und vielleicht heute Abend nochmal streamen. Meine Güte. Wahnsinn, was für ein Leben. Ja, auf jeden Fall, damit das Ganze heute in diesem Vlog neu interessant wird, machen wir noch ein lustiges kleines Lach-Video. Und wir schauen uns da mal jetzt was Schönes an. So. Let's go. So, meine lieben Freunde, wir haben ein lustiges Video, diesmal nicht Tiere, sondern ich glaube Menschen und Babys. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das da darstellen soll, aber wir schauen uns das einfach mal selber an. Und genau, let's go. Ach du Scheiße. Einkaufstüten, das ist ja wunderschön. Oh ja. Was denn? Oh mein Gott. Volltreffer. Oh mein Gott, ich kann kaum stehen. Und die hinten laufen ganz gemütlich. Muss ja echt stürmisch sein. Lol. Lol. Lol, das war eine Waschmaschine. Ja so, das geht an, ja. Ach süß. Ugli? Nein. Wein? Ja. Gefähr. Ich nehme das. Null. Egal. Guldig. Ja, was man so alles machen kann. Verrückt. Uh, der ist schnell unterwegs. Oh, meine Güte. Ähm, was passiert da? Muss mich raten, es ist gesprungen gar nicht mehr raus. Ach, scheisse. Ach, scheisse. Ja, das kenn ich. Hau ruck, hau ruck, hau ruck. Haha. Neul. Ist bestimmt super warm. Boah, was ein Loch? Äh, ja, so schiebt mein Auto heutzutage an. Man sitzt hinten auf der Ladefläche. Geil. Du schiebst nicht stark genug. Hä? Du schiebst nicht stark genug. Neul. Ja, gut. Kamera. Hä? Ja, gut. Häh. Ja. schocken, oder wie? nicht schlecht was manche ohne machen, unglaublich ja, gut check mir deine Zähne, vielleicht kriegst du dann was wow, der Blick oh du hast es hast du herum ich weiß ich weiß nicht ich weiß Das ist ein Hund? Ne, was sind das? Das sieht ja komisch aus. Wie süß, graufig, graufig. Scheiße. Das ist ja mal winzig. Aber so groß ich hab. Die Lache. Oh Gott. Nice. Ja, es gilt, ne? Loll. Jetzt noch einen noch. Ja. Cool. Das kann doch nicht funktionieren. Oh mein Gott. Ja, ich mach noch mehr rein. Los damit. Ich stell mich mal vor, er kann es ins Kinderzimmer zu. Wow, wie klein. Fuck. Er findet das lustig. Was war mit dem los? Ja, gut. Ja, lustig. Nicht so lustig wie die Teamvideos, aber auch lustig. Mal was anderes auf jeden Fall. Ja, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Wenn ihr auch so ein lustiges Video habt, einschicken unter www.xaugexauge.de. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch eine E-Mail schreiben oder in den Kommentar unten reinposten. Ich freu mich drauf. Bis dann und bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.